So, sorry Leute für den letzten abrupten Abbruch, aber das musste leider sein. Ich hab auf die Zeit geachtet und hab gesagt, oh mein Gott, das ist ja schon wieder soweit. Ja, beim letzten Mal haben wir die Seelenoffensive erlernt. Die wohl rostige Schwert, rostige Schwert und ein Chili Dog. Sonics Lieblingsspeise, komplett mit Peperoni. Oh, Peperoni, jetzt kriege ich echt Hunger durch dieses Spiel. Ja, wir haben die Seelenoffensive erlernt, eine super Attacke. Und jetzt, ähm, was? Hab ich das nicht gemacht? Ich hab's wohl nicht geschafft. 40 Mal. Okay, versuchen wir es also nochmal. Abschluss mit Boden-Seelenoffensive. Okay, versuchen wir es nochmal. Ach, ich muss, ah, ich seh schon, 10. Ich hab wahrscheinlich die 10 nicht erreicht. Ich glaube, das ist das gewesen, was er meinte. Und zack. Okay. 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 Und runter, 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 runter. Wir brauchen noch 3. Wow, ich hab wieder so ein rostiges Schwert bekommen wahrscheinlich. Boah, das ist ja mal genial. Ich find das genial, die Seelenoffensive. Okay, Mission geschafft. Diesmal hab ich's geschafft. Oh. Ah, okay, verstehe. Schon verstanden. So. Okay, Abenteuer, gerade wieder... ...im Ritterstil ist geste... Was? Gerade der... ...Visier... ...Visier halt, okay. Neue Mission steht jetzt zur Verfügung. Juhu! Einfach mitnehmen, rostiges Schwert. Man weiß ja nie, wozu's gut ist irgendwann. Da. Ähm, Luftseelenoffensive hab ich auch. Oh, geil. So rein in der Luft geht das Ding. Okay. Wahrscheinlich muss ich in der Luft dann B drücken, würde ich schätzen. In der Luft B und dann schwingen. Okay. Ready, Caliburn? Hm. I was forced to move. Oh, achso. Ähm. Wenn ich eins liebe, dann ist es Slow Motion. Wow. Wow. Au. Au. Wow. Okay, wow. Wo bin ich denn durchgedöst? 22. Oh, was? Okay. Vier Sterne. Umso besser. Ich hab irgendwas bekommen. Das sieht so anders aus. Ähm. Finsterarbeit, neue Mission steht jetzt zur Verfügung. Neue Spezialtitel erlangt. Okay. Nehmen wir mal den hier. Verfluchter Helm. Helm von dem Ritter der Unterwelt getragener Helm. Ach, nimmst du ja alles mit. Warum nicht, ne? Kann ich das auch irgendwie ausrüsten? Ah, egal. Jetzt erstmal. Nehmen wir erstmal in den finsteren Wald. Gucken jetzt erstmal beim Schmied vorbei. Ähm. Ja, welcome. Ich auch. Ne, warte, was kann ich da eben? Ach, Gegenstand ablegen. Ne, das will ich nicht. Status. Hier kann ich nichts machen. Hier auch nicht. Ähm. Stürmer. Besondere Anfangsbeschleunigung. Bessere Anfangsbeschleunigung. Ach, die sind automatisch drinne. Ah, okay. Okay. Jetzt will ich aber nochmal was gucken. Was ist... Achso. Okay, einfach ja. Dann wird schon stimmen. Erreiche die Herren vom See. Okay. Okay. Man hat ja hier keine bestimmte Leben. Das gefällt mir auch. Weg da. Weg da. Ah. Ähm. Ist das irgendwas? Ich... Achso. Komm her. Geh weg. Was sind das für Dinger? Die sehen aus wie Roboter-Bölfe. Kush dich. Hey. It's all right. We're following the road. Oh, scheiße. Hase! Hase, Hase! Geht ihr weg! Kuscht euch weg! Wow! Ja, ganz radikal hier. Wow! Ich renne einfach mal an euch vorbei. Ich mag euch nämlich nicht. Wow. Wow. Ich kann ja auch machen, dass er endlich ist, dass er mal echt... Geil! Oh Mann, ich war doch vorbei. Ey! Hört auf, mit Sonic nach mir zu rufen! Oh ja! Oh ja! Hä, was? Du, nee. Hat er mir was gegeben oder so? Ich hab echt nicht drauf geachtet. Warte, der wollte was. Ey, ich kann mit dem reden. Ähm, ich kann mit dem reden. Oh, Entschuldigung. Nein, du sollst doch nicht... Weglaufen, du! Spasti! Oh, nee! Mein Junge. Mein Freund. Ich hab die echt... Das tut mir leid. Ich wollte das nicht. Ich hab die vollen Staffel getötet. Yes! Woohoo! Mission geschafft! You just made it! Yeah!